Und jetzt haben wir gleich mal ein Statement von Friedrich Merz, hören wir rein. Die Lage in Berlin ist nicht ganz so einfach und vor allem nicht ganz so verantwortungsvoll. Wir haben uns trotzdem darum bemüht, in den letzten Stunden zu einer Lösung des Problems zu kommen, nachdem der Bundeskanzler ja nun seit fast einer Woche keine Mehrheit mehr hat im Deutschen Bundestag. Sie alle haben seinen Fernsehauftritt am Sonntagabend mitbekommen, indem er zu meiner Überraschung dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion und mir überlassen hat, jetzt über Fristabläufe zu sprechen und über einen neuen Wahltermin. Ich habe selbstverständlich die Gespräche geführt mit dem Kollegen Mützenich in der SPD-Fraktion, aber auch mit den Kollegen der FDP und den Grünen. Wir haben uns darauf verständigt, dem Herrn Bundespräsidenten vorzuschlagen, dass der 23. Februar 2025 der nächste Wahltermin sein soll für die Wahlen zum 21. Deutschen Bundestag. Das setzt eine Reihe von Vorentscheidungen voraus, die hier im Deutschen Bundestag noch getroffen werden müssen. Das ist zunächst einmal die Auflösung des Bundestages. Ich will hinzufügen, eine Auflösung des Bundestages ist keine Auflösung des Bundestages im Wortsinne, sondern ist nur die Entscheidung über vorgezogene Neuwahlen. Der Bundestag ist entscheidungsfähig und bleibt entscheidungsfähig bis zum Augenblick des Zusammentritts des nächsten Deutschen Bundestages. Also wir bleiben als Parlament hier in jeder Form entscheidungsfähig über die gesamte Zeit bis zum Zusammentritt des nächsten Deutschen Bundestages. Mit dieser Frist von 60 Tagen ergibt sich die Notwendigkeit, dass spätestens über die Weihnachtstage der Bundestag aufgelöst wird und dann die Wahl bestimmt wird auf den 23. Februar. Dies wiederum ist sozusagen rückwärts gerechnet, dann das Ende einer Frist, die Artikel 68 des Grundgesetzes dem Bundespräsidenten gibt, nachdem die Vertrauensfrage beantwortet worden ist, nämlich gegebenenfalls die Entscheidung zu treffen über die Auflösung des Bundestages. Deswegen halte ich es für vertretbar, dass der Bundeskanzler nun am 11. Dezember die Vertrauensfrage beantragt zu beantworten und darüber zu entscheiden. Und dass wir dann am 16. Dezember, einem Montag, der dann hier auch zu einem Sitzungstag im Deutschen Bundestag werden wird, dass wir an diesem Montag die Entscheidung über die Vertrauensfrage stellen. Ich will kein Geheimnis daraus machen, dass ich auch durchaus mir hätte vorstellen können, dass das Ganze früher stattfindet. Wir verlieren im Grunde genommen mit diesem Zeitablauf, den der Bundeskanzler ja sogar bis in den Januar noch verlängern wollte, rund einen Monat für die Wahl zum nächsten Deutschen Bundestag und damit auch für die Regierungsbildung nach der nächsten Wahl. Ich halte das aber für vertretbar, denn ein Wahlkampf im Januar, ein Wahlkampf unmittelbar nach dem Jahreswechsel, ein Wahlkampf möglicherweise mitten im Winter, ist mit einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten verbunden und hätte auch weitere Fristverkürzungen ausgelöst, etwa was das Bundeswahlgesetz betrifft und die Vorlage der Wahlunterlagen bei der Bundeswahlleiterin. Deswegen ist der 23. Februar ein guter Weg. Es ist auch mein Vorschlag gewesen, wenn ich das so sagen darf, bereits gestern in den Gremien meiner Fraktion. Wir haben über zwei Daten diskutiert, den 16. Februar und den 23. Februar. Der 23. Februar ist eine gute Lösung. Ich werde dieses Datum auch gleich der Fraktion nennen. Es steht allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Zustimmung des Herrn Bundespräsidenten. Und es gehört zur Ordnung dazu, dass wir dies hier alles erst unter genau diesem Vorbehalt auch sagen. Rolf Mützenich und ich werden um 18.30 Uhr noch einmal ein abschließendes Gespräch mit dem Bundespräsidenten führen, sodass wir davon ausgehen, dass auch der Bundeskanzler mit diesem Zeitplan dann einverstanden ist. Und ich gehe persönlich davon aus, dass der Bundeskanzler das morgen in seiner Regierungserklärung auch so sagt und wir ihn nicht noch einmal dazu veranlassen müssen, nun endlich auch das Datum zu benennen, zu dem er die Vertrauensfrage stellt. Soweit, so gut. Wir wählen dann gegebenenfalls am 23. Februar. Vielleicht noch eine Bemerkung, was bis dahin passiert. Wir haben noch eine Reihe von Sitzungswochen. Wir können noch eine Reihe von Entscheidungen treffen. Ich will allerdings für meine Fraktion sagen, wir werden keine Entscheidung treffen, bevor nicht die Vertrauensfrage beantwortet ist. Dann sind wir in der letzten Sitzungswoche vor Weihnachten. Das ist die Woche vom 16. Dezember. Wir können in dieser Sitzungswoche noch einige Entscheidungen treffen. Es gibt zwei, drei, die keinen Fristaufschub erlauben, wie zum Beispiel die Zurückverweisung des Nachtragshaushalts 2024 in den Haushaltsausschuss. Das können wir in dieser Woche machen. Alle anderen Fragen, ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung vorher mit uns Einvernehmen erzielt, was wir nach dem 16. Dezember dann gegebenenfalls gemeinsam im Deutschen Bundestag noch beschließen. Zu weiteren Beschlussfassungen gibt es aus meiner Sicht keine Veranlassung. Vielen Dank. Vielen Dank.